Ihr könnt beruhigt sein, denn ich versuche das ganze Video lang nicht ein einziges schlechtes Wortspiel mit Affen zu machen. Und damit fangen wir am besten auch direkt an, sonst kommt es doch noch dazu. Planet der Affen Survival. Schon mal direkt den Preis vorweg für den schlechtesten Namen eines Sequels ever. Wenn du jetzt schon mal im Deutschen coole Titel hast wie Planet der Affen Prevolution, Planet der Affen, wir lassen das P weg, Revolution, Planet der Affen, wir lassen das R weg, Evolution. Wäre das nicht der perfekte Name für unseren dritten Film? Die Evolution ist beendet, die Trilogie ist beendet, Ne Survival ist auch gut. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwelche rechtlichen Probleme dabei gab. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen, will ich nicht beurteilen. Ich wollte es nur mal gesagt haben, dass ich mich seither über diese Namenswahl aufrege. Und damit soll es dann jetzt auch auf den Film gehen, denn die Namensauswahl, so viel kann ich jetzt auch schon mal sagen, hatte keine Auswirkungen auf meinen letztlichen Eindruck auf den Film. Dennoch muss ich ein bisschen was vorwegnehmen, denn meine Vorgeschichte zu dem Franchise und jetzt im Speziellen zur Trilogie ist jetzt nicht unfassbar ereignisreich. Prevolution habe ich natürlich gesehen. Revolution, also den 2014er Film, habe ich auch schon im Kino gesehen. Aber von beiden, die fand ich cool. Aber ich war jetzt nie so Fan oder mega begeistert davon. Irgendwie so handwerklich fand ich die schon immer cool. Aber wie gesagt, so richtig gecatcht hat es mich nie. Ein Stück weit war das jetzt auch bei Survival. So 2014 bei Revolution konnte ich meine Probleme damit noch nicht so artikulieren. Das wird aber jetzt gemacht, denn ich kann es artikulieren. Ansonsten, was gibt es noch Interessantes zu dem Film? Matt Reeves ist erneut nach Revolution wieder auf dem Regiestuhl. Da hat er Platz genommen. Genauso ist es. Er hat auch das Drehbuch mit jemand anderem zusammen geschrieben. Name, wie immer, müsst ihr selber rausfinden. Das ist ein interaktiver Kanal hier. Deswegen müsst ihr auch mal was machen. So, das ist immer gut, um sich rauszureden. Das muss ich mir merken. Jedenfalls hatte ich aufgrund dieser Vorgeschichte zum Franchise auch schon jetzt nicht so unfassbar Bock auf Planet der Affen Survival. Um ganz ehrlich zu sein, war es auch ein kleines bisschen so, dass ich mich ins Kino quälen musste. Obwohl ich eigentlich immer Lust habe, mir Filme im Kino anzusehen, war es schon so ein bisschen so. Ja, jetzt kam Spider-Man, der cool war. Dann kam Dunkirk und Baby Driver, wo ich gerne ins Kino ging. Und jetzt Planet der Affen. Ein bisschen stand es so unter dem Motto. Mal gucken, was Matt Reeves macht. Bevor er jetzt Ben Affleck als Batman auf unsere Kinoleinwende bringt 2019. Irgendwann, wenn der Film mal zusammenkommt. Und meine Zweifel waren ein Stück weit umsonst. Denn der Film ist wirklich, wirklich cool. Und wie ich es schon gesagt habe, ich habe wieder so meine Probleme damit. Denn so, auch wenn das ein toller Film ist, so wirklich Fan bin ich jetzt irgendwie nicht. Und das ist ein komisches Gefühl, was ich irgendwie auch bisher in der Art nur bei diesem Franchise hatte. Und es gilt jetzt auch eben irgendwie zu artikulieren, woraus das entstanden ist. Aber fangen wir erstmal bei dem ganzen positiven Kram an. Da gibt es nämlich einen Haufen positiven Kram. Zuerst mal so ganz Filmreihen mäßig finde ich schon mal ein saukooles Konzept zu sagen. Im ersten Film war jetzt vielleicht noch, man könnte sagen, dass da noch James Franco der Protagonist war. Aber dann Revolution und Survival war es ja wirklich so, dass die Affen die absoluten Protagonisten waren. Mit Caesar von Andy Serkis mal wieder toll gespielt. Und sozusagen die Antagonisten immer wieder wechseln. Da hatte man mit Gary Oldman und Jason Clarke, der jetzt ja glaube ich nicht so wirklich ein Antagonist war. In Revolution schon zwei Kaliber. Und jetzt mit Woody Harrelson nochmal ein Kaliber. Und der ist auch wirklich, wirklich großartig. Es ist ein wirklich großartiger Antagonist im Film drin jetzt. Dazu komme ich bestimmt gleich noch. Bei Revolution damals im Kino war ich noch ein bisschen so am Zweifeln. Wobei ich gedacht habe, sehen die Affen jetzt so realistisch aus? Aber hier habe ich mich jetzt endgültig irgendwie dabei erwischt, mitten im Film mal wieder so rauszuspringen. Und zu denken, oh Moment, die Affen sind ja gar nicht echt. Es fühlt sich nie, aber auch wirklich nie an, als wird Matt Reeves als Regisseur oder die Kameramänner einen Shot scheuen. Weil sie denken, wir kriegen diese Special Effects dafür nicht hin. Das soll generell sowieso nie der Fall sein. Aber hier ist es wirklich so, es gibt Close-Ups auf die Affen. Und du merkst es einfach nicht. Du merkst es nicht, dass das keine echten Affen sind. Und das ist wirklich krass. So, damit das schon mal die technischen Sachen komplett abgehakt. Und jetzt eher dann doch nochmal so zu konzeptionellen, narrativen Sachen. Finde ich nämlich auch wieder hier eine krasse, schöne, bemerkenswerte Entwicklung. Wenn man es so nennen kann, jetzt über das letzte halbe Jahr hinweg, dass man mit Rogue One jetzt schon mal einen Film hatte, wo es so diese Bürgerkrieg-Szenen wirklich sehr authentisch gab. In Wonder Woman dann mitten im Krieg, mit den psychologischen Auswirkungen so ein Stück weit. Und hier treibt es Matt Reeves und War for the Planet of the Apes, heißt er ja im Original, noch ein Stück weiter. Und macht daraus tatsächlich teilweise so einen Anti-Propaganda-Kriegsfilm. So ein Stück weit, aber auch tatsächlich teilweise so der echte Krieg. Also wenn man jetzt mal ein paar Vietnamkriege, ja, wenn man ein paar Vietnamkriege gesehen hat, klar. Wenn man ein paar Vietnamkriegsfilme gesehen hat oder so, dann hat vor allem die Eröffnungssequenz schon so einiges damit zu tun. Und das war wirklich krass. Ich glaube, der Film ist auch, ist er FSK 16? Ich könnte mir auch vorstellen, dass er FSK 12 ist. Hier wieder interaktives Mitmachen. Schaut selber nach, wenn es euch interessiert. Ich werde nach der Review auch nachschauen. Oh mein Gott. Ich fand insgesamt so, wenn man jetzt Caesars Journey über den Film hinweg so begleitet, hat sich alles gar nicht so nach einem dritten Teil der Trilogie angefühlt. Weil seine Geschichte sich zwar am Schluss zu Ende anfühlt, aber über den ganzen Film hinweg ist es jetzt nicht so wie meinetwegen bei Die Rückkehr der Jedi-Ritter oder den letzten zwei Harry-Potter-Filmen meinetwegen auch, dass man denkt irgendwie, oh mein Gott, es läuft jetzt auf das unweigerliche, große Finale, den Megakonflikt hinaus. Sondern es ist eher so eine dramaturgische Flatline. Und auf einmal geht die Geschichte auf so eine... Also der Film, so 20 Minuten lang habe ich mich gefragt, okay, das ist jetzt cool, was passiert. Ich bin drin, aber jetzt gib mir einen Plot. Was ist die Geschichte? Was passiert in dem Film? Worum geht's? Und dann kommt der Plotpoint so und ich dachte mir dann, hä, das ist jetzt das, was wirklich passiert. Ich weiß nicht, wie viel von dem Plot des Films bekannt ist, deswegen werde ich einen Teufel tun. Es gibt jedenfalls eine Revenge-Story und die wird dann eben gestartet. Ich denke, so viel kann man sagen. Und ich kann es vielleicht so ausdrücken, dass die erzählt wird, fand ich ein bisschen irritierend. Aber getreu meines Grundsatzes, kritisier nicht, was erzählt wird, sondern kritisiere, wie es erzählt wird, muss ich wiederum sagen, dass ich diese Revenge-Story ganz, ganz großartig fand. Ich fand, dass das am Schluss, vor allem mit Woody Harrelson als Antagonist, das hatte einen Konflikt. Da war so ein Konflikt. Und Woody Harrelson hatte eine große Szene im Film, die zugegeben sehr viel Exposition war. Dann ist es für mich immer so eine Frage von, das war jetzt zwar Exposition und es war ein bisschen träge und ein bisschen faul vielleicht, aber hat das genug Pay-Off? Gibt's da genug? Bin ich jetzt invested in das, was Woody Harrelson gesagt hat, sodass es am Schluss einen emotionalen Impact auf mich hatte? Oder zumindest irgendwie einen dramaturgischen, narrativen Impact, dass ich sagen kann, okay, das fand ich geil. Und ja, genau so war es. Denn es ist eben auch so, dass Woody Harrelson, dieser klassische Satz, einfach nur denkt, er hat recht und er muss das Richtige machen. Und wie dann diese Geschichte um Woody Harrelson und Caesar letztlich aufgelöst wird, ganz, ganz grandios. Hat mir wirklich mega, mega gut gefallen. Und das ist so das, wo der Film damit steht und fällt. Das ist das Gerüst, auf dem er steht und das eigentlich in keinem Moment des Films wackelt. Und deswegen funktioniert der Film. Trotzdem muss ich jetzt erwähnen, dass der Film auch so ein paar, wenn ich jetzt die Metapher weiterführen will, so ein paar Bauarbeiter auf dem Gerüst stehen hat, die gehörig dran wackeln. Oder meinetwegen ein paar Affenbauarbeiter. Dann werden wir jetzt doch wieder bei den schlechten Worten spielen. Denn das ist der Punkt, bei dem ich auch schon bei Revolution so ein bisschen gedacht habe, was hat mir jetzt nicht gefallen. Aber ich konnte es 2014 irgendwie, war mein Wortschatz und mein Wissen noch nicht so groß. Und jetzt kann ich es formulieren. Denn ich finde, dass Matt Reeves und der Film, also das Drehbuch, die Dramaturgie, die Narration teilweise Sachen einführt, Figuren, Plotpoints, die einfach gefühlt zu unvermittelt sind. Also ich habe ja schon gesagt, dass dieses kleine Mädchen dabei ist. Und es ist eben echt so, wie sie eben in den Plot eingeführt wird. So, ja, es ist jetzt, das ist jetzt da und jetzt ist halt das Mädchen. Ja, nehmen wir es mit? Ja, wir nehmen es mit. Und es gab einen emotionalen Unterbau dafür, sogar noch mit Caesar, von dem ich so gerne mehr gesehen hätte. Und der für mich dann diese ganze Sache auch letztlich relevanter und besser gemacht hätte. Aber es war leider nicht da. Und das fand ich unglaublich schade, weil ich will jetzt gar nicht so hoch greifen, aber der Film hätte können, ganz locker flockig. Was redet man auf solchen Ebenen? Aber es wäre nicht schwer gewesen, den Film grandios zu machen und nicht nur wirklich gut, weil das ist das, wo ich jetzt stehe, wirklich gut. Aber dieser Schritt zum Grandiosen wäre gar nicht so schwer gewesen, wenn man den Plot noch einmal so drüber geht und ein paar Elemente noch besser einbaut, weil es eben ein paar Mal im Film eben passiert, dass es einfach so dahin plätschert, so ein Stück weit. Erstens mal, insgesamt dramaturgisch fand ich den zweiten Akt viel zu lang. Ich glaube, der Film geht 140 Minuten, so den Dreh, also zwei Stunden 20, das ist schon ein Stück. Und das merkt man vor allem im zweiten Akt, wenn es dann viel zu oft hin und her geht, viel zu oft Entscheidungen getroffen werden, wo man jetzt im ersten Moment sagt, ist das jetzt legitim, ist das jetzt nachvollziehbar? Aber kann ich als jemand, der jetzt wirklich den Film mit Argus Augen beobachtet hat, nachvollziehen, warum jetzt gerade das gemacht wird und auch eben diese Kleinigkeiten, die ich eben genannt habe, wo es für mich persönlich dann eben dran kränkelt, wenn es ganz oft passiert, wenn es immer nur so, hier ist noch was Kleines und das wird jetzt in die Geschichte eingebaut. Es gibt zwei Figuren, die quasi auf dem Roadtrip, der in dem Film so ein Stück weit stattfindet, die dazukommen und es ist beide Male so, dass es einfach so, oh, da ist ja jetzt der und jetzt ist er ja da und dann kann er jetzt auch mit. Und es ist nicht so, dass das jetzt irgendeinen großen Impact auf die Geschichte letztlich hat. Vor allem bei dem kleinen Mädchen hat mich das gestört, weil das ein Konzept ist, das so großartig ist, aber leider viel, viel, viel zu wenig draus gemacht wird und ist auch im Plot, also der Plot rechtfertigt mir nicht genug, dass dieses Mädchen noch dabei ist. Und ich würde grundsätzlich, wenn ich den Kritikpunkt jetzt so stichwortartig festhalten müsste, würde ich sagen, der Film hat geile Ideen, aber er versäumt ein bisschen diese so zu unterbauen und dem Ganzen ein bisschen Subtext zu geben und das ganze Narrativ in sich selbst zu verweben. Und genau das ist irgendwie auch das, was mich letztlich so ein bisschen den Film, was ein bisschen bitteren Beigeschmack hat, dass ich denke so, die Geschichte, die erzählt wird, gefällt mir so gut mit diesem Revenge-Plot, mit Woody Harrelson als Antagonist, Caesar ist ein toller Protagonist, aber diese Geschichte wird irgendwann so breit ausgefächert und kann diese Breite aber nicht rechtfertigen. Das ist leider schade, das ist einfach nur schade, also mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Trotzdem gebe ich dem Film eine 8 von 10 und so ist es. Toller Film, ich glaube, der geht so ein bisschen unter irgendwie, obwohl er nicht so viel jetzt Konkurrenz hat, zumindest in Deutschland, in Amerika und so ist er ja schon ewig raus. Deswegen guckt euch das Ding an, das ist echt geil und um jetzt den Bogen zu spannen, auf Matt Reeves' Batman habe ich richtig Bock. Wenn der sich, also wer bin ich, dass ich das sage, erstens mal das, aber wenn der sich so ein bisschen weiterentwickelt, skriptmäßig, vielleicht noch ein bisschen mit Ben Affleck zusammenarbeitet, das alles ein bisschen tighter macht, dann sehe ich Matt Reeves so auf einer ziemlich guten Ebene, was Regisseure angeht. Geiler Typ, geile Filme, die er macht und das war's. Planet der Affen ist damit abgeschlossen. Auf Wiedersehen. Ich verweise auf Twitter, wie immer. Ich verweise auf Letterboxd und ich verweise darauf, dass ihr diesen Kanal abonnieren und das Video liken sollt. Auf Wiedersehen und bis bald, ihr Affen.